So, wir sind auch fast am Ende unserer Montagsdemo, unserer Montagskundgebung. Ich habe noch zwei Hinweise, zwei Terminhinweise. Einmal findet am Sonntag, den 27. April um 17 Uhr, eine musikalische Montagsdemo am Sonntag. Und zwar ein Eröffnungskonzert, organisiert von Johann Sebastian Bach mit Martin Thiemann in der Schlosskapelle Solitude. Und das Stück, was Martin Thiemann auch spielt, heißt Stuttgart Hauptbahnhof 2011. So wie ich es auch gehört habe, sehr hörenswert. Ein anderer Termin, auf den ich auch gerne hinweisen möchte, ist das Dienstagsfrühstück. Denn das Frühstück gehört zweifellos zu den kontinuierlichsten Aktionen unserer Bewegung. Deshalb auch noch mal zur Erinnerung heute von der Bühne aus und zum Mitmachen. Das Dienstagsfrühstück findet jeden Dienstag um 6.30 Uhr statt. Aber bitte beachten Sie, immer an wechselnden Orten. Der Ort wird immer einen Tag vorher an der Mahnwaffe bekannt gegeben. Also heute. So, liebe Freundinnen, liebe Freunde, gleich startet unser Demo-Zug. Wir laufen heute wieder in Richtung Hauptbahnhof, wo auch der Schwabenstreich stattfindet. Vielen Dank für das zahlreiche Kommen. Und denken Sie bitte ganz dringend daran, am kommenden Montag, am Ostermontag, findet keine Montagsdemo statt. Aber unsere nächste Demo gegen S21 ist also am Samstag, am 26. April, im Rahmen der Wahlkonferenz, um 16 Uhr hier auf dem Mahlplatz. Und dann wieder am Montag, den 28. April und wieder vorab um 17.15 Uhr mit der Kandidatenvorstellung, soweit ich weiß, die auch heute sehr erfolgreich hier vorm Rathaus begonnen hat. In diesem Sinne genießen Sie die Osterfeiertage. Bis dahin, oben bleiben! Soweit, 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 Soweit!